Hallo Leute, herzlich willkommen zum weiteren Part von Let's Play Starbound. Im letzten Part waren wir jetzt ja hier in diesem grüßen Planeten, da ist auch schon der Supercamp. Was fragt sich die Haare? Sie hat gesagt, das war es Witziger. Hast du paar Bandage? Ich verreckt gerade. Bandage habe ich eh immer dabei. Ne gerade nicht. Aber ja, hast du das Zeug hier. Wieso wenn ich es rausschmeißen will, nehme ich es. No, egal. Warte kurz. Sicher habe ich nur Bandagen dabei. Stip. 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 Hä, ich habe ein Wake Walker Invas Ding. Das macht 14 Attack Damage. so denn ich brauchst wegen ich habe gar keine okay passt so gut das bringt eigentlich diese Griechen flaskt und jetzt bekomme ich an Regen ich weiß es sollte wegen erster ich glaube ich möchte ich habe ja ich war ich habe noch voll so ich bin mit dem Dach also ich habe kein Bock dass für das nicht Töte mich Osk Kieler Zmi oder Porte nicht doch ja ich hab kein Bock nur auf dem Planeten rum zu gammeln ich habe nicht ich immer so ist sonst ich wollte ich immer schnell in meine Base ja okay bei mir merkt man dass es lebt das hatte mich die Viehchen glaube ich kannst nicht zu meiner Base kommen aber hier sieht ihr sie noch mal die ist wirklich sehr schön aufgebaut hast du sie schon gesehen ja hab ich und ein wenig eine haben die auch alle gesehen gut um auf jeden Fall bin ich es oft in in einem Raumschiff aber das ist doch ich nicht immer dass ich bin auch mal ich hab die Base im Alpha Sektor weil da ist es gemütlicher ja aber guck mal ob ich irgendwas mitnehmen kann oder einräumen kann ich glaube ich dass das immer ein paar Stapeln da die Tesla's Bikes und ich wirklich Prozent Koper oder kann ich damit meine PIX reparieren ja genau um die Ocarina kann ich da reinlegen einfach mal Zellmateria da komm ich die wir aufs Raumschiff ist scheiße mit der schönen Geheimtür die ich von so einem Antikus um Kupfer Kupfer Kermosen könnte ich mir machen sagt lohnen sie sich ja musst du die weil du kannst die anderen dann bloß machen wenn die Kupfer Hosen dafür dann auch benutzt und ein anderes Sonnensystem dann suche ich mir einfach mal Frau wie ich jetzt aussehe oh meine schönen Kleider sind jetzt nicht mehr mal in den Alpha Hii Majoris nein geht man nicht was ist das hier nein nein er wird Forest und Snow okay lass mal machen äh ey guck mich mal an äh äh wie geht das mit dem Falltasten sie ist das aber nicht weil du so eine Kappe hast nur das Wein würde man dann glaube ich die Träne sehen okay gut ich muss mich wieder mein Gesicht verwerben cooler Banditen Style wie ich da stehe mit dem Speer was kann ich eigentlich grafen ah wir sind da ich kann Steel Bar machen ah ich hab noch einen Spawner glaube ich mit dem ich irgendwie Leute spawnen kann Leute ja NPCs mit dem Kuppel hatte ich mal eine Base da haben wir so einen Arzt Spawner gehabt der hat den Stimpaks und so Zeug verkauft aber was für was für Preise das war krank auch scheiße als Planeten oder nein was bin ich gut was ist das jetzt ein Lava Planet äh ich glaub das ist er wird dann aber auch sie ist auch heiße es ist das für die viele die die Brems alter 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 das ist die zum Feuerplanet alle alle Fischer dringend feuerfekt war alter schießt mit meiner Pistole weil ich anders weil das ist in der Tür so vorhin besten Planeten der Welt ausgesucht nachher geht auf jeden Planeten hat so was gut ist also hier muss irgendwie ziemlich wieder sein es gibt keine Fehlplanung es gibt keine Fehlplanung ja es gibt immer irgendwas ob sitzen kleines Häuschen ist oder eine fette Burg ist es gibt auf jeden Fall was das finde ich ganz gut ist auch nicht warum bin ich jetzt ich bin jetzt wahrscheinlich bei meinem Ding ist aber hier sind diese Pflanzen aber genau die Baust ich habe diese Pflanzen zum Bandagentrafen gerade gut ach ja und alle an die YouTuber als die muss anschauen jetzt gerade die Zuschauer das Angebot gilt immer noch also es ist so wie Supercam könnt ihr oder das aber kämpft könnt ihr natürlich ja ich nicht er kann können natürlich auch jederzeit Prozent auf Anfrage mitspielen es ist die Verkäufer mit dem Steinblöcke und nicht mit so exklusiven um das Angebot steht immer noch ihr könnt jederzeit mit Spiel wird er noch gern zu dritt mal das Spiel machen das kommt ganz drauf an und ja und nicht in Päusen Päusen Alter das ist euch ich dachte das wäre ein Steinbeißer oh mein Gott ich dachte es wäre ein Stein und dabei war das ein kleines Viech schon wieder so kleine warum sind die hier iiii was sind das denn für Viecher sind alle so klein bei mir ist so ein fettes irgendwas das ist so ein klumpen das der herumrennt ich habe es ja nicht aber weg von mir nicht also ich bin glaube ich im Allverfekt sektor weil ich gerade ach du bist gar nicht bei uns oder bei mir Planeten Prozent nicht in meinem Planeten in der gar nicht meiner ist Herr ich hab doch gar nicht mein Planeten Gewächse ja das ist weil du auf meinem Sohn bis auf der Welt auf meiner Welt wahrscheinlich ist das deine dein erster Planeten möglich ja sehr wahrscheinlich sind sie Alter wieso ob ich jetzt Preußen der Korpsen Preußen kann Armin hat als Regeln schlecht in die Europäule in der Welt beziehungsweise eine die Fressie doch gleich was hier überhaupt kommt vor Ort kommen sie kommen waren sie kommt aus sie war vergelassen werden dass sie mit dem Stand ein eine das ist eine ganz neue ganzes Gefühl weil wir sind diese ich hab's hier sind diese Anfangsgeschichte also ich muss sagen das ist auch wirklich hart hier UR um 156 Pixel alles in den Neufer das ist alles von dem Verkäufer war aber aber das die Erlösung Nö das ist klar ich glaube nicht dass es sich ein Fall ist weil ich habe er nicht die Bedeutung schluss vor Ort Flieger von einem Schicksal das ist ein Rennen Rennen Dein Verderbens Rennen Dein Verderbens du kleines Drecksviech guck das Viech frisst dich er rennt von mir weg und wird von so einem Teil gefressen das nenne ich mal erbärmliches Ende warte warte kurz ist Platinum das zweitbeste oder wie? Diamant ist das beste und Platin ist das zweitbeste ja wieso habe ich jetzt hier in ich glaube das ist nicht Alpha weil ich hier ich habe gerade Platin 8 Platinum um in einem in einer Kiste gefahren in Kisten kann das gut sein nur das Erz kommt halt nicht so vor ein noch mal war das ist dieser eklige Schleimkumpen schon wieder ich war nicht gesehen hier ist irgendwas ja man obwohl hier ist nur so ein Tempel Kiste wieder eine Kiste und ich sterbe mich viel zu schnell ein wow ich bin hier kann ja irgendwelche Nekromanten oder so wow alter beglücken beglückt mich mehr mit so einem Zeug alter das ist so gut und so ich hatte so ein Nekromantengebiet irgendwie so ganz scheiße wie jetzt bin ich hier oder hey komm mal bitte auf meinem Planeten da hier gibt es einiges zu erkunden ja bei meinen gerade auch ne ich sterbe eh gleich weil es nacht ist dort ich bin wieder in so einer Mine wo die ganzen Monster drin sind da gibt es einiges zu erkunden immer ok ich bin bei deinem Planeten äh erstmal bei deinem Chef ja dann lauf nach links Scheiße 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 wieso hast du deine Kiste beim ähm Dingschen gesetzt beim Teleporter ich 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 öffne die immer nach links oh hier ist Inks und was ist das hier Eilbauer schlafen wow ich werde irgendwie nach oben gefetzt hab das ist die Attacke von den Monstern aha die Waffe braucht auch dieses auch das scheint Inks und K um Mara oder so und so ja ich bin auch dort hatte dann kommt er auf der Planeten an die mit zusammen runter ich bin schon ich bin schon auf einem Planeten ich bin ich ja warte ich bin in der Höhle eingefallen finde mit dem Weg nicht mehr raus ich komme mal kurz ein paar Fackeln weil ich hab dann hollte dann so Alter ich bin in einer fetten Höhle drin Moment ich komme und ich habe nicht meine Taschenlampe ach du bist hier oder ich bin so in einem Dingschen gefahren neben so einer Kutsche oder so ah ich höre deine Schüsse ich höre auch deine Schüsse dann aber da genau da bin ich noch okay gut dann gehen wir weiter Alter kannst du mich töten irgendwie ich glaube es geht nicht weil ich weiß noch pvp alles erwarte ich bei uns einfach Ake Kuh Ake Kuh Alter ja boah Wanderer Wichser ruft mich gerade jetzt an sorry Alter was nein so leck mich ich das ist nämlich Leute mitten in der Aufnahme oder so anrufen Apropos äh wie lange ist die Aufnahme schon äh die weiß ich jetzt nicht aber man kann ja mit ähm diesem einen Dings Bums richtig äh also mit diesem äh also ich kenne mich gar nicht aus das merkt man ich habe sonst immer mit Doppel mit dem Handy mein Timer gestellt aber das habe ich jetzt diesmal nicht gemacht irgendwie aber naja aber ja da ist ziemlich viel guck mal mit hier unten geht es nämlich runter das ist so ein ganzes Dorf das habe ich öfters mal gesehen als kurz ich mach warte erstmal will ich was weg ich will so warte man muss mich kurz heilen kann weil ich mal so ich setz mal meine ich tue mal kurz das auf hier weil ich tue mal dort das Zeug wo ich nicht brauche Blue Stimpack was bringt das ähm ich glaube das macht schneller oder so ich bin mir nicht ganz sicher na warte ich mach mir gerade warte Kraften kann man die kann man ähm man da schon so Kraften ja kein kann man da mach ich mir ein paar so jetzt kann ich mir keine glaube ich mehr machen so ich habe irgendeine Bandagen ah elf Bandagen reicht aber glaube ich für das erste ey man ähm ja ich muss mich gewöhnen mit Kuh nichts kann man nicht so rausschmeißen hier bekommst du nimm du lieber alles hier so aber man muss es in der Hand haben dass man es weg er ist ja super cool hier okay ähm ich wechsel die ein gegen obwohl ich fress mal so ein Teil okay komm fressen was ist das Höhleneingang da wo die ganzen Viecher sind so rosa eine Schleimviecher die hier wohnen man kann in jedem jedes Fasten zum Beispiel und ich habe Medikett gefunden könnte ich jetzt gerade brauchen unten ah ich weiß aber das macht genau richtig aus wie so Affen und Whisky hat so Gorillas Whisky aber auch verheißen mit der Waffe drauf was ist das für fette Dinge Alter was ist das ii ok 2 also kurz schon kurz habe ich irgendwas zum Heilen nein also mir mal die Hälfte der Bandagen geben oder so oder nee komm ich schlafe kurz die Hälfte des Medikett siehst du es ja ja ich kann aber kurz ich Alter ah ah ich kann ihn noch ab man Alter jetzt kommt so ja ich bin nicht ganz voller das unterreicht da hatte ich nur kurz was wo es ist mit dem Anien also nehme ich scherbt kurz nicht ein aber um durch meinen Slot Falls ist man zum Notfall kommt genau so habe ich noch diese eklige Axt die voll wenig damage macht voll eklig ich bin da hochgegangen wird oh jetzt wird es kalt hier Herr Karls brauche ich das ich glaube auch was das ich weiß nicht weiter bei uns ein kleines Dorf kann es sein oh das soll das immer 5 die immer viel größer ich fühle mich jetzt verarscht ha hat sie wollen dass ich jetzt gerade meine Spitze nicht mehr finde ja okay dann gehen wir halt hoch Scheiß drauf eigentlich sind die voll groß Alter da spricht mich gerade so aus dem Nichts und Mistviecher zwei Mistviecher an wie schnell weißt du das für Mistteile wie schnell die sind das ist nicht mehr normal hast du einige Scheiße ich komm mal du siehst wahrscheinlich schon den Lichtstarten weißt du wie schnell die sind ich gehe in die andere Richtung ja ich komme auch das ist eh grad nacht das ist beschissen ah ich sehe das so schwarze Dinger ja ich Alter wie schnell Junge stirb stirb mal verpiss nicht Alter die machen noch richtig Hardcore Damage Alter was soll da Damage was soll da was soll da ist ehrlich jetzt wieder so ein Karren ja das wieder so ein schwarzes Teil ich bin jetzt auf einem anderen Planeten ne bist du nicht bei mir bist du noch da also das zeigt doch noch an ich verende hier grad zu was ich bin nur irgendwie anders gespawnt ich bin was ich ich warte kurz noch mal kurz so zappelstreichen ähm stirb ähm es ist so krank nacht ist so richtig beschissen mich haste die Nacht auch ja da kann man nicht wie Minecraft zu schlafen dann ist die Nacht vorbei Akul das macht Licht, wenn man mit diesem Stab, mit dem Feuerding ähm also schlägt, dann gibt's zu Funken und das macht Licht der hat zum Blasenstrahl abgeschossen der mich dann so oh ne, nicht so du weißt schon, was passiert ist ja, schwarz ist diese schwarzen anderen Planeten okay, was ich gehe, aber ich mache das, dass ich einmal den Schnitt erhalten neue Folge die soll ja nicht so groß werden, ja, okay, ich hab das ist zum nächsten Mal